Firma Ropa lud zu ihrer traditionellen Hausverführung nach Sittelsdorf ein. Die rund 10.000 Besucher erwarteten Vorführungen in der Kartoffel- und Zuckerrübenernte, Landtechnikausstellung und Festhallenbetrieb. Wir haben also hier jetzt unsere neuesten Modelle alle auf dem Feld, den Panther 2S, den Tiger 6S. Wir haben den Tiger mit dem Polder-Schauerroder und auch ein Prototypen vom Radschauerroder heute dabei. Wir haben die ganz nahe Maus 6 hinten am Rübenhaufen stehen. Wundernbetrieb Wundernbetrieb Untertitelung des ZDF, 2020